So meine Lieben, willkommen zurück. Wir machen weiter mit DE Overpass. Und G2 werden sich jetzt erneut gegenüber stehen. Und auch hier wird es Pro dann auf der TT Seite. Also gute Gelegenheit, die etwas stärkere Seite direkt auszunutzen. Ich hatte meinen Coin, obwohl Wurduzpro die erste Map gewonnen hatte, mit 16, 14 ja dann trotzdem auf G2 gesetzt. Aber ich würde sagen, da können wir uns dann durchaus auch irren. Oder ich kann mich da irren, denn Wurduzpro hat heute gar keine schlechte Performance abgeliefert. Und das, obwohl man Pasha da relativ früh aus dem Spiel genommen hatte, mehr oder weniger. Wir können überhaupt erst sehr sehr spät noch rein und fast nicht mitgespielt. Aber ich glaube die Map hat da eine große Rolle gespielt und ich könnte mir vorstellen, dass G2 dann auf Overpass ein bisschen besser aussehen sollte. Auch das, wie gesagt, nur eine Einschätzung von mir. Kann von vielen, vielen Faktoren abhängen. Von der Tagesform abhängen, kann davon abhängen, wie man ins Spiel kommt oder sowas. Zum Beispiel wo Pasha da unglücklich gesponsed wurde durch die Smoke unten. Wir müssen uns quen marschieren weiter auf den Spot drauf. Der Spot ist mehr oder weniger eingenommen. Korrektiere, da steht eine Ex noch in der Ecke und hat sich einen weggekämpt. Aber viel mehr ist da nicht drin. 1 zu 0 G2. Also schöne Idee da überlang zu gehen und natürlich auch die Smoke hat eine kleine Lücke gehabt. Ich weiß nicht, ob die beabsichtigt war, die Smoke. Ob man damit vielleicht versucht hat, genau das hervorzurufen, was Pasha dort gemacht hat. Dieses aus seiner Deckung rauskommen und denken, dass er die Smoke benutzen kann. Das geht schnell rauf. Ich habe auch wieder einen schneiden Porsche mit vielen SMGs. In dem Fall scheint es ganz gut auszugehen. Besser als wir das gerade auf Train gesehen hatten mit diesem Kisten. Dann go. Neo auch noch down. Der PK möchte noch weitermachen. Das ist schon Frank Nummer 4. Das gibt ordentlich Kohle. Und Pasha wird ein bisschen weit weg sein. Als dass man ihn dann mit der Mac-10 angehen könnte. Aber es gibt auch eine SMG. Und die gibt genauso ordentlich auch 600. Ist gar eine Mac-10. Na gut. Also das macht sich jetzt natürlich auch im Geld bei APK so ein bisschen bemerkbar. Dass man da 7.250 schon zurücklegen kann. Dann ablegen wir uns auch mal an. Das macht sich jetzt einfach dran. Und wir machen jetzt noch mehr Zeit. Das macht sich auch noch nach dem Fall. Oder machen wir das mal ein paar Mal. Dann können wir erstmal auf die Wallen reinigen. Dann bin ich noch mal ein paar Mal. Wir haben eine Maria und die Marpelle. Also können wir einfach nach dem Poste gehen. Los Richtung B, wo man ist ein bisschen vorsichtiger und diese Vorsicht können sich unter Umständen auszahlen. Ich sehe es denn schön mit der MP7 geklickt, das können wir mal machen. Die beiden haben den Baseball mehr oder weniger freigeräumt, aber nichtsdestotrotz hat Virtus Pro ja noch zwei weitere Spieler dort stehen und das spätestens kann RPK hier ansagen, dass da niemand mehr weiter ist. Pascha ist da noch nicht gespottet worden. Der guckt so gegen die Wand, der war doch vorhin vor dem Turm aufgestellt und ich befürchte mal fast, da ist er wieder weg, 130 ms im Scoreboard, bedeutet eigentlich nur, dass er sich verabschiedet, Pause Call. Es geht schon wieder los und ich glaube das ist auch einer der Gründe, warum Virtus Pro hier so dermaßen schlecht in der Tabelle steht ist, weil das regelmäßig ist. Und wenn man halt die IP erstmal hat, dann wird Pascha halt auch immer wieder genervt. Das schlägt natürlich mir genauso auf den Magen wie euch und vor allem natürlich Pascha von Virtus Pro. So Maryland. Das ist ja irgendwie nicht so. Ja genau so. Das war's für ein Schiller. Also, es ist Lawien zu machen. Komm die Stirb im Biode aus Schmack zu machen. Oh absolutamente. Aber für die Zof schلب sind meine Witwe psyche. Okay. Und kannst du das amendmentsgeonISE hinweisen? Jetzt ist Pascha vom Server, aber ich gehe mal fast davon aus, dass er schon auf der zweiten Leitung war. Wenn die jetzt auch noch attackiert wird, dann weiß ich nicht, was man da tun kann. Also, ich gehe mal fast davon aus, dass er schon auf der zweiten Leitung war. Was ich nicht ganz verstehe ist, man ist ja irgendwie, die Teams werden ja sicherlich alle VPNs und was weiß ich was alles haben, zur Verfügung haben. Sind sie dahinter gekommen? Ich kenne mich damit nicht genug aus, um da irgendwas sinnvolles drüber sagen zu können. Aber tja, das was ich gehört habe ist, dass wenn man erstmal da durch ist, dass es dann kaum Möglichkeiten gibt, außer sich die IP irgendwie ändern zu lassen, was mit einer statischen IP, was er vielleicht in Polen hat, nicht so einfach sein könnte. Tja, das tut natürlich jetzt weh, jetzt müssen wir gucken, ob wir Pascha da wieder einsatzbereit bekommen oder was dann passieren soll. Es geht bei euch. Sag mal, wir brauchen die IP, wenn wir ja nicht mehr, weil wir ja nicht mehr so sind, wie wir das da universität kommen. So, wir gehen in die nächste Runde. Man erhöht direkt das Tempo. Natürlich aber die SMG ist noch im Gepäck. Dafür möchte man das Ganze machen. Der PK kann eine Menge Damage machen. Da ist noch ein bisschen Munition. Gleich, der ist auch noch down. Super gemacht von der PK. Und da hat man das bisschen Equipment, was man da zur Verfügung hatte, hervorragend ausgenutzt. Snacks. Der PK mit 7 HP. Der kann aber nur auf, dass die ungewöhnliche Position nicht mehr den Vorteil gibt. Und das tut sie in dem Moment. Aber er weiß nicht, wo Snacks wirklich herkommt. Vermutet ihn aber schon zurecht überlangt. Dann kommt die Gegenflash, die seine Vermutung etwas bestätigt. Der kann das jetzt im Staub machen. Man sollte Problemlos in der Lage sein, seine Bombe hier zu blenden. Und wenn er genug Zeit hat, sich zu verstecken, dann ist da vielleicht auch ein bisschen was möglich. Ja, jetzt wird er von unten laufen. Dann gab es Moken. Dann kann er sich allein auf die Seite konzentrieren. Jawohl, der Braschings-Effekt wirkt. Schön gemacht von der PK. Das Ace aus der Mac-10. Und dann mit 7 HP die letzten beiden Spieler auch noch. Besser hätte man es fast nicht spielen können. Wirdus Pro hat sich dann ein bisschen zu sehr einzeln ins Gefecht begeben. Da hätte man vielleicht drauf warten können, dass Snacks auch bereit ist. Was ich mir dann überhaupt nicht vermutet in dieser Ecke. Junge war das Grandioso und da habe ich RPK gemacht. Tja, und sie kriegen Tatsache jetzt hier diese Runde mit hauptsächlich SMGs durch. Oh, schönes Brett von Snacks. Da unten ist die Bombe. Das ist natürlich nachlässig, was G2-Lot gerade getan hat. Ich könnte unter Umständen in die Hose gehen und sich bitterböse rächen, wenn man jetzt die Bombe einfach verliert. Snacks hofft, dass er einfach in seiner Smokie hantieren kann. In die andere Richtung, aber Scream hat ihn dann natürlich doch gesehen. Jetzt kann man das Backup unter dem Connector nach. Scream und Existence. Terrorist-Win. 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 Und das könnte vielleicht funktionieren, Snacks, geht an ihm vorbei, der zweite Spieler kommt da oben über den Brunnen, den hat er gehört, aber das hilft ihm wahrscheinlich auch nicht weiter. Interessant wäre, wenn man dann Schocks vorbeikommt, aber der zielt schon Richtung Connector. Also Snacks, ziemlich aussichtslose Lage, es sei denn, lässt sie reinlaufen, noch hat ihn keiner gesehen, das wäre vielleicht auch ein Knife-Kill wert, aber entscheidet sich einfach abzudrücken. Und er weiß natürlich nicht, wo der zweite ist. Snacks, erneut. Jetzt bleibt den verbleibenden 3, da gar nichts mehr an das Spiel ist, einfach Richtung Spot drauf zu pushen. Smaves und Scream haben sich da das 2 gegen 2 erarbeitet, sie wissen, dass Snacks irgendwo auf kurz ist und dass er angeschossen ist. Ja, der ist nicht gerade leise, ich habe eine Menge Glück gehabt, dass er das überlebt hat, aber das hilft ihm dann auf Dauer natürlich auch nicht. Oh Neo, gegen 2, Yali ist jetzt weg, gehts hier direkt weiter, das darf doch nicht wahr sein. Tja, stellt euch immer auf die nächste Pause ein, wir haben ja Tatsache ein paar Runden geschafft, 2 oder sowas. Eh. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, das Ganze halbwegs abwehren. Pasha dort oben ist auch noch angesagt. Jetzt weiß man, dass mindestens noch einer mit V-A rumläuft. Man möchte natürlich auch dann nicht durch die Smoke pushen. Die Anleger an der Seite. Smith geht vor. Er hat rechtzeitig zu sehen. Jetzt Test. Auch der geht down. Und damit ist G2 auf dem Spot. Und dann gibt es für Pasha dann auch nichts mehr zu retten. Die Chance ist natürlich da, dass er mit der AK vielleicht noch ein bisschen Namage macht. Aber ich glaube, für ihn gilt es eher, die Waffe und das Equipment durchzubringen. Denn er hat eine Rüstung, CZ, Smoke und Flash. Also es sind 4.350 Equipment Value. Die würden in der nächsten Runde schon gut tun. Jawohl. Und da ist wohl niemand in der Nähe, der ihn angeben könnte. Und da ist wohl niemand. So, es geht in die nächste Waffenrunde. Für das Pro mit einem recht offensiven Spiel hier vorne vor dem B-Spot. Wir versuchen die Kontrolle über diesen wichtigen Raum zu bekommen. Damit nimmt man dem Gegner viel Bewegungsspielraum, gerade was das Verschieben angeht. Und dann steht Biali, da die Tür ist aufgesprengt worden. Hat sich doch verlassen, dass das vielleicht noch existiert. Ich weiß nicht, von wem die Nade kam, wenn ich ehrlich bin. Wessen Nade war das, die Tür aufgesprengt hat? Ja, hier sind Katastrophen für Biali, denn der hat aber gar keine Chance gehabt. Der ist auch direkt wieder weg. Nein, Leute, lasst uns doch mal einfach zu Ende spielen. Bitte, 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 Neo. Und ich muss sagen, die Elite-Bild sieht ziemlich sexy aus. Habe ich so noch... Hat auch schon mal gesehen, aber fällt mir gerade ein bisschen auf. Keine Zeit, um über Skins zu reden, denn G2 kämpft noch um diese Runde. Aber es ist keiner auf dem R-Sport. Jetzt nächste Stelle. Da wird so viel Existence wahrscheinlich nicht mehr so viel zu holen geben. Ich weiß nicht, dass Pasha dort in der Ecke steht. 7 zu 1. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt wieder auf Biali warten, der auf den Server zurückkommen möchte. Da ist er. Wir kommen zurück. Wir kommen zurück. Jawohl, schöner Spray. Wird das Pro-Volta wieder offensiv spielen? Jetzt hat Existence noch ein Drittel vor der Nase. Das hat er nicht gerechnet. Aber Test läuft da natürlich rückwärts in Schocks rein. Der kann sich hier vielleicht auf den Weg machen, die Verfolgung aufzunehmen. Das sollte ein Todeslitter für Test sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich dagegen wehren kann. Aber er läuft ihm entgegen, Schocks. Boah, schön reagiert. Eigentlich hätte das so ein Easy-Kill sein müssen. Aber er hatte so riesen Pech, dass Test ihm da irgendwie immer durchs Fadenkreuz durchgelaufen ist. Aber das ist für uns natürlich kein Problem. Denn wir haben dadurch eine deutlich spannende Runde. Snacks hat den Blick noch Richtung Kurz. Und er hat sich gleich immer den Gegen- und siegertreifung für seinen Gegner. Er kann sich kurz freihalten, geht in die Offensive. Und kann sich natürlich mit Test vielleicht verbinden. Und die beiden. Die gehen jetzt gemeinsam in Richtung Rundensieg. Jawohl. 7 zu 2. Test und Snacks machen ganz gewaltig viel Arbeit. Und dann wird es. samen. 2 zu 3. 3. 4. 6. 8. 10. 11. 11. 11. mit dem first track. Pasha setzt noch gleich einen nach, die doppel ABP, die zahlt sich wieder aus. Pasha. Der Pika ist auch verjagt und der Schuss ging so nicht vorbei. Das Scream plötzlich ganz alleine. Ohne Long Jump wird das wohl wahrscheinlich nicht werden, wenn jetzt kommt da gleich der Offensiv-Move noch hinterher. Da kommt jemand hoch, den hat er nicht gesehen. Nate geht zu weit. 7 zu 3. Es wird halt auch mal Zeit, dass Virtus.pro hier langsam ins Spiel findet, denn sie müssen unbedingt jetzt in absehbarer Zeit wieder Runden aufholen. 7T Runden ist jetzt schon ganz ordentlich. Und ich bin gespannt, wie lange das Konzept doppel ABP hier funktioniert. Pasha ist ziemlich offensiv. Vorne vor dem Connector. Auch ganz interessant, dass er sich so weit nach vorne gewagt hat. Und er guckt schon Richtung lang. Guter Gedanke darüber zu ziehen. Es kann gut sein, dass der Erste da einfach mal hoch springt. Und versucht zu spoten. Jetzt kommt wieder dieses Smoke, wo eine kleine Lücke unten drunter ist. Da muss Pasha wieder tierisch aufpassen. Aber ich denke, er wird seine Lektion aus der ersten Runde gelernt haben. Ich lasche Sitz. Pasha. Er schießt den einen, aber das nächste ist zur Stelle der Molotov. Er hat nicht mitbekommen, dass er im Molotov steht. Trotz allem sollte die Runde keine große Gefahr darstellen. 4-7. Virtus.pro weiter mit der Aufholjagd beschäftigt. Und jetzt würde ich mal fast behaupten, dass es dort in die Pause geht. Und wahrscheinlich auch in die Echo. Also G2 versucht ihren taktischen Timeout jetzt sehr früh ins Spiel zu bringen. Einfach um diesen Lauf hier von Virtus.pro zu unterbrechen. Denn sie wissen, wenn sie jetzt noch mehr T-Roten reinholen, wenn sie erst einen 9-6 oder vielleicht sogar einen 10-5 daraus machen können, dass sie dann Virtus.pro höchstwahrscheinlich schon geschlagen haben. Also, klar, entschieden ist es nicht, aber haben sie die besten Chancen sie zu schlagen. Und außerdem, der Gedanke von Virtus.pro scheint zu sein, mehr AWPs. Mehr AWPs, gleich mehr Runden. So ist die einfache Rechnung, die sich die Polen überlegt haben. Und da wird G2 was gegen tun müssen. Sie haben es versucht überlangt mit einem schnellen Push. Haben aber zu früh zu viele Spieler verloren. Also schauen wir mal, wie die Franzosen, hauptsächlich Franzosen, damit umgehen möchten. und drehen wir weiter. Sollten wir es schon vor. Alle Zwerden. Also machen wir die erste Seite. Ja ja, sicher. andecken wir uns vor. Wenn wir weiter einmal gez 위해서 das so, Also, man hat sich entschieden, hier nicht zu sparen. Wobei, ich nehme alles zurück. Das ist mehr oder weniger eine Sparrunde. Auch so ein Scream, der hat sich die AK geleistet. Dadurch den doppelten Molotov, da wird man definitiv nicht durchbrechen können. Da muss man also abwarten. Pascher. Test steht close. Das ist nicht der Moment, wo man zurückguckt. Absolut unnötig. Der war kurz unkonzentriert. Das könnte sie hier vielleicht die Runde kosten. Smith macht gleich weiter. Dann nimmt Pascher auch noch mit aus dem Spiel. Und Snacks natürlich jetzt im Markup für den ganzen Pistits. Jeder Verschossene könnte vielleicht ein Tolsturteil sein. Den hat er aus dem Augenwinkel nicht gesehen. Da ist alles schief gegangen, was hätte schief gehen können. Mal gucken, ob sie das irgendwie noch retten können. Ne, wenigstens einer. Aber die geklaute AWP, die arbeitet jetzt natürlich. Und es geht an Viali. Der muss das hier im 1-2 schaffen. Die Bombe liegt. Death, das letzte könnte sich überlegen, da vielleicht durchzuziehen. Schocks kann den Kopf rechtzeitig einziehen. Guter Molotow-Fahrer, der kommt Existence und kurz nachgeschoben. 8 zu 4. Ja, das ist natürlich übel. So was darf nicht passieren. Konzentrationsschwäche. Von Tess dort in der Ecke. Und dann gibt es eine Kettenreaktion, die die ganze Runde kaputt macht. Ja, die 3 AWPs sind natürlich teuer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie vielleicht, dass wir den Doppel-AWPs wieder rausreißen können. Ansonsten wird man danach wohl pleite sein. Eine Zeit lang hat es gut funktioniert mit den Avis. Jetzt scheint sich das ein bisschen zu rächen. Snacks. Ah, Scream kann Pasha picken. Und Snacks hat einen ziemlich guten Riecher mit seiner AWP. Oh, das ist ungünstig. Snacks. Da hat er Glück gehabt. Glück gehabt, dass er es überlebt hat. Und er hat das Ganze hier falsch interpretiert. Die Bombe ist noch vorne auf dem Line. Das ist immer im Auge behalten. APK kann währenddessen unten im Baseboard freiräumen. Und weiß der letzte wird irgendwo am oder im Connector sitzen. Ja, und jetzt kann natürlich die beiden hier von VW eigentlich nach oben schieben. Und sich dann verbinden. Aber Schocks geht auch weiterhin ab. 9 zu 4. Das Geld ist aller bei Virtus Pro. Und jetzt werden wir dann doch noch eine Eco sehen. Also, perfekte Gelegenheit für G2 daraus ein zweistelliges Ergebnis zu machen. Oh, Scream. Pascha läuft hier noch offensiv mit. Rundeverbot. Gilt aber nicht für Bizeps offensichtlich. Oh, das wäre das Chance gewesen. Das war der Schieber, der danach kommt. Das wäre die Möglichkeit gewesen. Und stattdessen steht Biali jetzt hier da. Position ist bekannt. Dann kriegt er von Schocks ins Gesicht. Jetzt passt er dazu mit seiner APP. Und er hat die Möglichkeit, die Existence hier auszuschalten, bevor er die Bombe legen kann. Wenn das nicht funktioniert, dann kurz ein klarer 1 gegen 2 Retake. Jawohl, der Picking Existence kommt. Und ich glaube, er hat Scream gehört. Geht rum mit der Flash. Weiß, dass Pasha nicht die Fuse. Er weiß nicht, dass er durchgegangen ist. Oh, das ist bitter. Pasha hat das Gefühl gehabt, er wäre durchgegangen mit der Flash. Musste sich natürlich wegdrehen. Deswegen konnte er das nicht weiter verfolgen. Und Scream ist einfach wieder in die Ecke reingesteppt. Und so hat das dann ein bisschen glücklich funktioniert. Wenn wir es aus der anderen Sicht gesehen hätten, dann wäre es wahrscheinlich verständlicher gewesen, warum das so ausgegangen ist, wie es gerade passiert ist. Ja, 10 zu 4. Letzter Versuch, über das Pro noch eine Runde reinzuholen. So oder so sieht es schon mal nicht allzu gut aus für die Polen. So, Scream muss da eigentlich tot sein. Hat es aber trotzdem irgendwie überlebt und er geht weiter in die Offensive. Jetzt, Saddam. Ne jo, keine Refrag-Möglichkeit. Und Miss. Da ist noch jemand auf dem Spot. Da ist Hortez bereit, aber der hat sich auch wieder verschätzt. Missiert nach hinten. Ich kann natürlich auch gucken, dass er das Duell da ein bisschen sucht. Gegenflash saß auf jeden Fall. Und da ist auch ein schöner Move durch die Röhre. Ist ordentlich in der Röhre rumgesurft. Das hat natürlich die AWP ganz gewaltig verunsichert. Jetzt Schox. Von ihm hängt ab, ob man den Spot halten kann oder nicht. Schnappt den ersten, zieht sich ein Stück zurück. Aber sein Mate ist gefallen. Schox see. Der Letzte läuft rechts rum. Verliert er das Duell. Auf dem Duell war es da nicht mit der wenigen AP. Aber 10 Sekunden sind eine recht lange Zeit. Sollte aber kein Problem darstellen. Jawohl, das geht durch. Also, 5 zu 10 der Halbzeitspielstand. Nichtsdestotrotz natürlich für die Polen eine ziemlich missliche Lage, in der sie sich hier befinden. Was hätte ich da wirklich gegeben, wenn diese Partie ohne Probleme, ohne Zwischenfälle stattgefunden hätte? Terroristen gewinnen. So, wir warten auf den Restart. Also, muss es erst noch ein Ready von beiden Seiten geben. Nett, Snacks. Nett. Er hatte sich noch eine kleine Kerbe auf seinem Messer verdient. Also, ab geht's. In die Pistole-Around. Die Connector-Kontrolle ist offensichtlich die Devise. Aber in G2, das scheint jetzt gut zu funktionieren. Existence hat keine Munition mehr. Versucht das nicht, ob es nicht taubt zu machen. Aber der kommt schon mal ums Nett. Und der Connector, der fällt in polnischer Hand. Aber nichtsdestotrotz hat man hier schon eine mehr oder weniger ausgeglichene Situation. Snacks mit 6 AP. Schocks auf der anderen Seite low. RPK hat schön geschossen. Und da setzt er noch einen nach. Super dritter Headshot. Und das setzt eigentlich auch mal wieder so einen kleinen Denkzettel. Die extrem solide Performance von der RPK über die letzten Wochen, die hat wirklich Lust auf mehr gemacht. Und ich bin gespannt, ob er das so auf dem Major dann am Ende des Monats auch umsetzen kann. Der Magic Columbus steht ja so gut wie vor der Haustür. Zwei Wochen noch. Ungefähr. Ein bisschen mehr als zwei Wochen. Und jetzt in Form sein, das lohnt sich. Es soll das erste Mal sein, dass es eine Million US-Dollar Preisgeld gibt. Das ist Scream. Das ist eine G9. Jawohl, das fährt's nächst gleich mit. Schickes Brett. Schickes Brett. Davon wird Scream sich wahrscheinlich erst noch ein bisschen erholen müssen. Neo geht wieder zurück Richtung Connector. Das könnte funktionieren. Denn Schocks kommt ihm da entgegen. Aber der ist noch auf dem Update-Kurs. Ich will sehen, wie die beiden sich da trennen. Das war von außen nicht zu hören. Ja, und das ist natürlich Gold wert. Die Info, die Schocks hier hat, die ist Gold wert. Kann sich überlegen, ob er hinterher geht. Aber ich glaube, er ist ein bisschen zu spät. Risky, dass er das selbst macht. Neo hat ihn auf jeden Fall gehört. Und dann einfach mit. Wollte nicht durchlaufen lassen. 12 zu 5. Und dann geht's. Ha, Schoxi! Attacke da fleißig durch. Die MP9 ist natürlich dafür geeignet, wenn der Gegner gerade keinen Helm und keine Rüstung hat, macht sie extrem hohe Feuerrat natürlich möglich. So, auch hier bleibt man überwiegend bei den beiden. Die beiden SMGs, die man noch im Gepäck hatte, das ist für mich so ein Schox. Die werden hier beide jeweils MP9 spielen. Gerade wenn der Gegner einen Helm hat, ist es nicht so einfach, da muss man in den Nahkampf kommen. Das ist mir immer noch offensiv. Der war dann natürlich nicht, auf den Moment zuzuschlagen. Problem ist, dass der A-Spot schon so gut wie gefallen ist. Jetzt bewegt er sich natürlich laut, er wurde empfunden. Oh, es ist eine schwierige Situation für ihn. Und er gewinnt sein Duell gegen Snacks, obwohl er die wesentlich bessere Waffe hatte. Schox marschiert da auch schon drauf auf den Spot. Und es wird für Tässis verdammt schwer sich zu verteidigen. RPK über kurz. Und Neo im 1 gegen 4. Da wird der Smoke raus, trifft gerade so Schocks, aber da geht er down. Und da ist Runde Nummer 14 für G2 und ich glaube mit den Polen ist es da jetzt auch langsam durch. Die Tür hat natürlich dann obendrein auch noch so viel Geld zurückgelegt, dass sie sich vor Echoes dann wirklich nicht wirschen müssen in den nächsten Runden. Das geht nochmal über kurz wieder. Nee, es steht offensichtlich. Da ist jemand durchgelaufen. Unglückliches Timing. Es passt schon dann noch so spät, Gegner Schocks jetzt offensiv. Das sieht auch noch nach einer Runde für die Polen aus. Passt schon dann. Und der RPK arbeitet sich noch weiter vor, aber der hat so eine gute Partie bisher gespielt. Dem muss man dann noch einiges zutrauen. RPK Nummer 1. Das haben wir dann wieder sofort gerefragt und damit ist die Chance für Scream hier deutlich gesunken. Wenn sich da keiner gegenüber ihm zeigt, dann würde er hier nicht an die Bombe rankommen. Ob das nächste sich da überhaupt zeigt. Absolut unnötig. Warte noch bis das Klicken der Bombe kommt. Das Defuse-Geräusch. Auf das kann man noch warten. Scream geht in die Offensive. Pick Biali auch noch. Er weiß nicht wo der letzte ist. Das lang Neo. Mit Mühe und Not. Mit Ach und Krach. Kriegen die Polen da wenigstens noch eine Runde rein. Aber das hätte nicht sein müssen. Da muss von Scream nicht so viel Bewegungsspielraum geben. Einfach Death bleiben, Refrag einhalten und warten bis das Klicken der Bombe kommt. Das Defuse-Symbol. Und jetzt zieht man sich zurück, nimmt den Vorteil mit. 10. Ja. Screen. Fünf, fünf, zehn, sie eliminationen. neun match bei uns für g2 und noch dazu kommt das wo das pro eigentlich kein geld zum nachkaufen hat es geht schnell richtung b das ist jetzt natürlich der verzweifelte versuch die pistels auszunutzen die man hat in den nahkampf zu kommen es scheint auch ganz gut zu funktionieren hat trotzdem zu viel spieler verloren und schox und nick smith haben schon stellung bezogen die chancen diese runde durch zu kriegen sind äußerst gering und da geht es durch 16 zu 7 am ende wenn mich nicht also täuscht der spielstand also g2 hier auch dann